Ich hab ein bisschen Schock auf, weil ich nicht wundern, falls ich mach, äh, mach. Ähm, oh, ich kann echt nicht reden mit Schock auf. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass wir jetzt einmal beginnen. Ähm, ne, diesmal machen wir keine, oh, Junge, Äh, Events, sondern machen hier mal ein bisschen weiter. Ähm, in San Francisco, äh, äh, dieser Schluck auf, ne, das ist so nötig, und drücken auch auf Spielen, gewinne das Rennen, die droht es seit drei Sekunden nicht, sollte man alles auf jeden Fall scheinen. Mhm. Ob ich esser werde, ist dann halt die andere Frage. Aber mal gucken. Wer weiß, wer weiß. So. So. Go. Okay. Hm. 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 Ja. Okay. Okay. Also erster werde ich jetzt im Moment nicht. Okay. Okay. Hacke. Ah, Mist. Ey, ja, äh, ich verpasse auch noch die ganzen Flaschen, ey. Was ist denn das? Okay. Immerhin bin ich jetzt fast erster. Okay. 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 Bis jetzt deutet alles dahin, dass ich gewinne. Okay. Aber ich muss halt auch gut fahren. Ich würde sagen, wir fahren hier lang. Ich habe mich selbst zerstört. Ach, bin ich dumm. Okay. Bam. Erster Platz. Nice. Ich gewinne das Rennen. Nitrozeit. Drei Sekunden. Alles geschafft. Ist es doch gut. Alle Rennen. Ziele abgeschlossen. Ja, das ist nice. Sonst ist es auch manchmal so, dass ich es nicht schaffe. Neue Season aktiviere. Okay. Ja, alles da. Ähm. Bring mich hin. Ja. Events erkunden. Ähm. Ja komm, wir machen das hier ausnahmsweise. Ja, Rennen. Gewinne das Rennen. Fünfmal. Okay. Dann machen wir jetzt mal eine. Nicht ganz eigener. Ne, egal. Zwei Spieler. Sieht man mit zwei oder was? Zeitlich begrenztes Event. Traum auf Rädern im Bau. Traum auf Rädern, ja. Ach, das ist echt so ein Rennen. Bin ich alleine? Ah ne, ich bin. Ach, das sind mehrere. Au, au, au. Au, au, au. Ja. Boi, yo, was war das denn jetzt? Alter. Ich fetz hier grad jeden weg. Ich hab hier grad jeden weggefetzt, der hinter mir war. Oh, verdammt. Ich hab komplett verkackt gerade. Jetzt hab ich komplett verkackt. Ja. Okay, okay. Bis jetzt ist alles gut. Und rein ins Ziel. Bam. Erste Rennen gewonnen. Erste Rennen gewonnen. Nice, nice, nice. Weiter. Jetzt müssen wir noch vier Rennen gewinnen, glaube ich. Ja. Machen wir das? Ja, nicht mehr uns zeigen, bitte. Danke. Vielen. So. Let's go. Ja, Traum auf Rädern. Also es ist wieder die gleiche Map. Ich weiß jetzt gar nicht, was mein Ziel war. Ich hab's nämlich nicht gesehen. Kacke. Eco. Ja, toll. Hier. 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 Ich glaube, das ist ein weiteres Wettbewerb. Meisterdrift. Das war ein Meisterdrift. Boah, ich seh die gar nicht mehr bei mir hier. Ah, Kacke. Mach schneller, mach schneller. Ja, okay, ich bin Erster. Ähm. Okay, nice. Nein, ich will mir keine Werbung ansehen. Das war mal ne geile Runde, muss ich sagen. Ja, und weiter. Ha. Okay, noch weiter geht's. Wir müssen jetzt alles hier besiegen, Leute. Damit wir dieses Event schaffen. Ähm, also fertig kriegen irgendwie. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das Sinn an diesem Event ist. Einfach nur diese fünf Dinger fertig zu machen. Ich hab aber keine Ahnung. Also ich glaub, jetzt könnten es schon ein bisschen mehr sein. So, let's go. Okay. Ich hab mir die jetzt auf jeden Fall hier so ein bisschen gemerkt, wie das alles ist. Oh, Kacke. Oh. Das war gerade ein ganzer Kacke hier. Deswegen jetzt wieder alle vorne sind. Okay, okay. Ja. Nee, diesmal nicht. Diesmal mach ich nicht den Fehler. Da war hier ein bisschen drüften. Und ich bin auch wieder im Ziel. Wieder Erster geworden. Nice. Bezichten, ja. Wieder Erster geworden. Perfekt. Zwei muss ich noch. Und dann hab ich dieses Event auch geschafft, Leute. Dann hab ich dieses Event komplett geschafft. Eigentlich wollte ich nur eine Runde, ähm... Ähm, eigentlich wollte ich die Runden normal machen. Also, dass ich weiterkomme. Aber jetzt ist es ein bisschen anders geworden. Aber egal. Ist ja nicht schlimm. Dann machen wir einfach hier weiter. Mit dem Event. Ja, 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 ja. Boah, fast. Okay, ich bin in der Mitte. Ja. Boah, ich bin so schnell gerade. Ich weiß nicht, wie schnell. Aber ich bin gerade ultrafnell. Boah, das war fast ein Satz. In das Klo. In das Klo. Uh. Boah. Seitlich reingeslidet. Bam. Nice, nice, nice. So, und jetzt noch das letzte Rennen. Dann hab ich's geschafft. Vier von fünf, ja. Fünf von fünf. Was sind die jetzt? Traum auf Rädern. Im Bau. Das ist also alles dasselbe. Fünfmal muss man das machen. Und dann hat man eigentlich das Event schon fertig. Oh, alles klar. Denk ich mal. Weil so sieht es auf jeden Fall aus. Wenn es das Event wäre. Der Anfang ist aber auch immer dasselbe. Ja, Junge, er hat mich übelst gerade weggelegt. Ja, diesmal bin ich ein bisschen kacke. Ah, die Kurve verkackt. So, und jetzt, let's go ganz schnell nach vorne. Ja, ich bin wieder weg. Perfekt. Und Event Geschafft. Müsste ich doch das Event geschafft haben. Ja, tatsächlich. Fertig, fertig, fertig. Okay. Ein weißes Event auf jeden Fall. Ja, fünf von fünf. Das Beenden von Events ist der beste Weg in der Zeit, um schnell voranzukommen. Ja. Habe ich doch jetzt gemacht eigentlich. Hm. Egal, wir gucken uns jetzt erstmal hier unsere ganzen Belohnungen an. Sammeln wir hier alle ein. So. Haben wir hier noch was? Nee. Können wir die zwei Sachen auch noch einfordern. Zack, zack, zack. Äh, und. Hier nochmal was, was wir gucken. Okay. Und Leute, ich würde sagen, das war es schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Sowie noch weitere Links wie Instagram und Co. Jetzt habt noch einen traumhaften Tag. Auf der anderen Seite. Euer Sandow. Ciao, ciao.